Hallo, hier ist Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 26.05.2023 und ja, unsere Bären scheinen sich hier wieder ein bisschen auf die faule Haut legen zu wollen, also das sieht eher aus wie als Krauter sich gleich an den Brusthaaren und bleibt weiter liegen und wenn wir die Tageskarte sehen, sehen wir einen Hammer sogar stehen, ja, also ich würde es eher als Hammer noch als einen Doji sehen, einfach weil der Kerzenkörper einfach am oberen Bereich der Kerze angesiedelt ist und wir quasi nur gesehen haben, dass er nach unten geglitten ist und wieder nach oben, haben unten die 700 abgearbeitet, ach ne, haben wir nicht mal, war ja bloß 37, war sogar bloß 37, das letzte Tief hier hat er einmal angestochen, aber nicht das Tief, also der hat er unten auf jeden Fall auch noch nicht richtig bereinigt, das muss man auf jeden Fall auch festhalten, für eine Trendumkehr reicht das nicht, ja, erinnert euch daran, was wir hier oben gesagt haben, erinnert euch daran, was wir vor ein paar Tagen gesagt haben, erinnert euch auch, was der DAX hinter sich hat, ich weiß, ich weiß, ich verstehe euch auch, ich verstehe auch diejenigen, die den DAX runtersehen wollen und diejenigen, die ja fette Halsschlagader rausgucken haben, sobald ich sage, dass der wieder steigt und denke mir, Alter, was erzählst du für eine Scheiß, du Pissar, ich habe vollstes Verständnis dafür, ich kenne es, ich weiß es, wie es ist, ich war auch mal so drauf, ja, ich wollte den auch immer noch unten haben und tief und runtergeprügelt, ich will ihn auch immer noch unten haben und tief, ich freue mich auch, wenn der fällt, so ist das nicht, aber solange wir im Aufhörstrend sind, muss ich mich als Analyst immer wieder hinstellen und an den wichtigen Stellen, wo ich davon ausgehe, dass der Markt wieder nach oben drehen kann, eben auch darauf hinweisen, dass er wieder nach oben drehen kann, genauso wie ich an so wichtigen Stellen wie oben mich hinstellen muss und sagen muss, hey, passt hier ein bisschen auf, wenn der nach unten geht, dass er nicht gleich Long dagegen haut, wartet ab, bis er ein bisschen runtergekommen ist, der kann von hier oben gut und gerne bis hier runter, haben wir gesagt und das ist genauso gekommen, ne, das sind auch 300, 400 Punkte, die mir letztendlich so angesagt haben und trotzdem wird mir dann nachgerufen, ich hätte hier nur Long gelaufen, würde nur Long sagen, selbst wenn ich im gleichen Video sogar sage, dass er von hier oben das Potenzial hat, auf 12.000 zu fallen, also ich bin gerne dabei, den nach unten rauszuschorten, aber ich muss einfach als eure vernünftige Stimme auf der Schulter, als eure Unterstützung, als euren Support, muss ich natürlich auch das ansprechen, was ihr nicht hören wollt, in dem Moment, wo ihr euch vom Markt ein bisschen triggern lasst und wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass das eben ein Tag war, der richtig rein triggert und das habe ich auch in Reaktionen gemerkt, ja, also da waren schon ein paar dabei, die sich teilweise sogar danach wieder korrigiert haben, das habe ich auch gesehen, hat einer einen YouTube-Kommentar geschrieben, der hat es dann wieder rausgenommen und editiert, das ist, finde ich gut, also das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, Selbstreflexion ist ganz, ganz, ganz wichtig, aber ich weiß, wie es ist, ich brauche sich auch gar keiner entschuldigen oder wie auch immer, ich habe doch sehr, ich war das, ich denke, ist das auch noch nicht so lange her, ich mache das hier nicht schon seit 50 Jahren erfolgreich, das ist bei mir auch noch nicht so lange her, dass ich kann mich da nur sehr, sehr, sehr gut dran erinnern, also wirklich sehr, 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 um hier mal Puffy ein bisschen zu zitieren, sehr, 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 sehr gut, kann ich mich da dran erinnern, wie ich das noch durchgestanden habe und dadurch, dass ich eben jeden Tag hier die Leute begleite, intensiv begleite, die, die auf dem Weg sind von, ich zocke die ganze Zeit nur rum, hin zu, ich werde professionellen Trailer, hat man da, hat man da noch sehr, sehr guten Draht und mir ist es einfach wichtig, euch zu vermitteln, wir haben noch einen überrottenden Aufmerzt drin, die Tatsache, dass ich die letzten Monate immer wieder ein bisschen drauf hingewiesen habe, an Stellen mit mehr Eindringlichkeit auch betont habe, dass der Markt wieder steigen kann, liegt auch einfach der Tatsache geschuldet, dass das Ding halt auch einfach mal nur gestiegen ist, daher zu sagen, ich bin hier die letzte Pfeife, weil ich die ganze Zeit nur von Long rede, ist irgendwo ein bisschen irrational, weil der Markt ja die ganze Zeit gestiegen ist, das nehmen bloß die Leute gar nicht wahr, weil sie die ganze Zeit short drin sitzen, und das nicht realisieren, was der eigentlich für eine Leistung macht, heute hat doch einer bei uns im Chat geschrieben, die, die Indizes wären alle so schwach und der Nasdaq wäre so stark, ja, scheiß drauf, scheiß drauf, den Nasdaq, der DAX hat ein neues Allzeithoch gesetzt, der DAX, da war jetzt von entfernt, der DAX hat von hier bis hier, guck mal, was das sind, das sind über 35% Leute, was wir vom Tief vom Oktober weggeschrubbt haben, ja, das ist von hier, 1. Oktober bis hier hoch, das sind 37%, die gleiche Strecke kannst du im Nasdaq mal abfahren, von Oktober bis, 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 bis rein in das letzte Hoch, was wir jetzt hatten, da hat der vielleicht 25 drauf, lass es 26 sein, maximal 27%, mehr hat er dort nicht gemacht, also, der ist hier der Outperformer, der DAX, und dann zu sagen, hey Martin, nimm doch mal deine Longbrille ab, du Idiot, das passt nicht, das stimmt was in der Wahrnehmung nicht, das stimmt was in der Wahrnehmung nicht, und ich habe hier nicht gesagt, ihr sollt hier die ganze Zeit gegenlogen, naja, hört euch auch gerne die Videos nochmal an, falls das jemand so wahrgenommen hat, wir haben immer wieder gesagt, passt bitte ein bisschen auf, nicht gleich long reingehen, der kann von hier oben erstmal ein gutes Stück nach unten reagieren, und wir haben auch gesagt, der kann sogar auch die 7 Hunden einfach durchducken, hier oben schon, Montag oder wann auch immer das Video war, haben wir das schon gesagt, der kann noch von hier oben direkt nach unten durchdrehen, und das tut er aber gerade nicht, das tut er gerade nicht, und deswegen für mich persönlich, für mein persönliches Handeln jetzt hier wichtig, drauf zu schauen, was macht er jetzt, Variante A, der bleibt jetzt hier stehen, weil jetzt geht die saisonal beschissene Phase los, jetzt kommen die Sommermonate, jetzt kommt die Urlaubszeit, jetzt kommt das altbekannte Sommerloch langsam, das heißt, wenn es richtig dumm für uns alle läuft hier, für die, die traden wollen, macht er jetzt hier die Range, die er hier gemacht hat, über 4 Wochen, jetzt nochmal 4 Wochen zur Seite, wenn es wirklich blöd kommt, ja, so wie die Leute aber drauf sind, und so wie angespannt, und wie gereizt die momentan noch sind, zeigt mir das aber, dass noch viel Geld zu holen wäre für den Markt, bevor er sich ins Sommerloch machen kann, und könnte mir deswegen sehr gut vorstellen, dass der tatsächlich sogar nochmal nach oben geht, weil ich einfach an den Reaktionen der Leute sehe, wie emotional manche nach 3 Tagen abwärts jetzt hier schon wieder sind, der 3 Tage, der ist ja die gleiche Strecke vorher nach oben gestiegen, und da waren die Leute aber komplett ruhig, da war, da war der Totschweigestille, da hast du keinen gehört, ne, und kaum kommt der hier mal 3 Tage, steht eigentlich genau auf dem gleichen Niveau, wie die ganzen letzten verschissenen 4, 5, 6, 7 Wochen, reden alle davon, wie der Markt ist so schwach, und er bricht hier ein, und er ist so weit gefallen, und das ist es nicht, das ist es nicht, der steht noch so nah unterm Allzeithoch, der ist das, wie gesagt, ne, das ist ganz wichtig, was ich euch gestern versucht habe zu vermitteln, oberhalb der 16.000 ist dieser ganze Block von denjenigen, die hier verkauft haben, wieder ein Minus, das baut Druck auf, der ist so schnell wieder hier oben dran, so kann es sogar nicht gucken, und das ist eben auch Bewegungsverhalten in einem Aufwärtsrennen, das heißt nicht, dass der jetzt zum Freitag steigen muss, heißt es nicht, aber erinnert euch mal, wie war es denn die ganzen letzten Monate, wie lief es denn ganz, ganz, ganz oft am Freitag, wenn die Woche mal rot war, welche Wochentage haben denn die Woche meistens sogar fast nochmal wieder grün gekriegt, das wird er nicht kriegen am Freitag, aber ich, ich ganz persönlich für mich, würde auf jeden Fall am Freitag oberhalb von 15, 8, 80, 15, 900, würde ich lange freigeben, egal was, wo, wie er was haben will, definitiv, weil er einfach aus der Bewegung raus, er ist jetzt von oben ran ans Allzeithoch, das ist eine wichtige Marke, die hat er abreagiert, er sollte sie abreagieren bis 16, 20, 15, 69, das hat er getan, hat gut überschossen, ist aber in dieser Rangezone problem, in dieser Volumenzone, stabilisiert sich jetzt sichtbar und wenn er jetzt anfängt aufzudrehen, ich glaube gar nicht, wie schnell er da wieder oben stehen kann und daran wird man jetzt, ich glaube am Freitag wird man schon ableiten können, ob das jetzt hier seitwärts wird, ob er jetzt hier sogar oben raus rennt oder vielleicht sogar wegkippt und uns einen Trendwechsel reinpickt, aber wir haben eben noch keinen Trendwechsel und deswegen muss ich als vernünftige Stimme, als neutrale Instanz, die euch ja unterstützen soll, das erwartet ihr ja auch von der Analyse, muss ich hier eben noch immer Vorsicht und Piano auf dem Shortpedal ansagen, denn es ist noch kein Abwärtstrend, wir haben hier keine eklatante Schwäche im Markt vorliegen, wir haben auch kein Abwärtstrend vorliegen, ganz kurzfristig vielleicht vom letzten Hochweg, ja, ja, das ja, aber eben auch nur das, das ist der Allereinzige, die anderen ganzen Trends, die du ziehen kannst, sind alle aufwärtsgerichtet, ja, und deswegen muss ich eben, solange wie wir hier noch keinen Trendwechsel drin haben, noch keine tieferen Tiefs, noch keinen Umbruch, muss ich eben eher sogar vor einem Wiederaufdrehen waren, als ich davor warnen muss, dass hier jetzt eklatant was weggnallt, ja, ich muss das, mir bleibt gar keine andere Wahl, nicht weil ich, wie hat heute einer geschrieben, weil ich noch ETFs drin habe und ich die eventuell nicht mal verkaufen soll, damit ich wieder auch nach unten analysieren kann, das hat damit gar nichts zu tun, ich kann sehr wohl nach unten analysieren, egal ob ich ETFs habe oder nicht, ja, aber das ist eine typische Stelle, wo sich der Markt wieder hochdrehen kann, deswegen würde ich persönlich oberhalb von 880, 900 eher auf der Longseite suchen, ich wäre trotzdem vorsichtig in dem Bereich, weil ich persönlich weiß, erst oberhalb von 1620 wird es einfacher für Long, ja, und der Bereich bis 1620 ist nochmal gut untersetzt mit diesen ganzen Hochs hier, die stören alle halt, ne, die stören alle in einem Longversuch, oberhalb von 880 stören die alle, ne, ja doch, oberhalb von 880 stören die alle, weil der Markt sich von dort immer wieder ein bisschen wegstoßen kann, ah, also sei das eine 960, sei das eine 950, sei das eine 980, sei das eine 9, keine Ahnung, 45, 47, 48, das ist, jedes einzelne Hoch stört jetzt von unten ran, ja, und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig noch oberhalb von 880, 900, sobald er in diese 940, 960, 980 hier reintaucht, weil er eben von dort wieder gut drehen kann, das ist von unten kommt jetzt auch ein Widerstand, aber alles, was drüber geht, das kannst du schon fast Richtung 16, 500, 17.000 anzählen, das ist so, okay, versteht das bitte, respektiert das, ich versuche das so neutral wie möglich für euch zu machen, ja, ähm, Punkt, ich gebe mir wirklich Mühe, ich gebe mir wirklich, wirklich Mühe, und ich, da, da, meine EDFs, die sind mir da, sowas wie ein Kacke, egal, also ich freue mich doch, wenn der auf 4000 runterfällt, und ich da immer noch richtig die Bude vollladen kann, so ist es nicht, also, so, so viel Gewalt haben meine Positionen, die ich in EDFs in Long halt nicht, dass mich das beeinflusst, also das, nee, das ist einfach so, das sind ganz passive, konservative Positionen, da, da, da sterbe ich wirklich nicht für, ja, so, und einzigster Punkt wäre, wo ich am Freitag wirklich aufpassen würde, ist, wenn der unter dem Donnerstag rumtaucht, das wird nicht ins Bild passen hier, Hammer, unten rausgestochen, ne, das heißt, wenn wir unter 700 rumtauchen im DAX, dann ist für mich so ein bisschen Akutwarnung, gucke ich mir sehr, sehr genau an, und wenn er dann tiefere Hochs, tiefere Tiefs im Tagesverlauf zeigt, also wirklich, dann würde ich eher mit 550 und 360 rechnen am Freitag, 350 und 360, wenn du unter dem Tief vom Donnerstag rumschraubst, ja, aber alles, was höher geht, ja, einfach geschwischt und aufpassen, dass, wenn es nicht seitwärts wird, dann schiebt es sich hier einfach wieder oben raus, und das, ob es ein seitwärts wird, das erkennt man im Bereich 960, 940, 980, dort erkennt man das, stößt es sich nämlich dort wieder runter und geht hier auf eine 700 nochmal, dann wird es, dann wird es wo seitwärts werden, aber dafür sind die Leute zu emotional, das sehe ich nicht, ich würde eher ein bisschen oberhalb vom Hoch jetzt aufpassen, ja, unterhalb vom Tief, alles fein, kurzfristig abwärts rennt, kriegt die Chance, hier den übergeordneten Trend ein bisschen anzuknacksen, ja, das heißt unter 700 schon Potenzial Richtung 550 und 360, aber man muss ja eben auch am machen, macht das nicht, geht nur oben raus, würde ich keinen Short suchen, ich würde da keinen Short suchen, ja, dann mache ich hiermit das Video zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, nee, halt, wir hören uns am Sonntag wieder für die Analyse zum Montag, die Webinar, Leute, wir machen ein Webinar schon am Samstag, genaue Zeit bekommt ihr nochmal mitgeteilt, macht's hübsch!